ja meine lieben leute und damit begrüße ich zu einer weiteren folge von formel 1 2016 wir fahren heute mal nicht mit dem lenkrad so wie gewöhnlich ich habe überlegt oder wir fahren einfach mal ein paar schnelle rennen und ja das ist sonntag und das heißt es ist zeit für ein formel 1 rennen und der schauplatz heißt autodromo sehen wir uns die startaufstellung nachdem ja leute wir werden ein einfach ein paar das würde über mehrere folgen gehen einfach mal ein paar kleine renten fahren einfach ausfahren leute im arbeit die besonderheit ist ich habe controller es haben sich nämlich viele gewünscht und das ist man mit dem controller frau oder und jetzt für das controller gameplay bin ich ja mal gespannt wie es aussehen wird oh da haben wir schon und dann hat man die frontflügel die schäden am frontflügel schon in den wagen bis wir ihn repariert haben wir wollen nicht dass es sich verschlimmert also karriere wird auf jeden fall wieder kommen aber mir ist es einfach mal eingefallen ja vielleicht kann ich das aber nochmal mit zwei leuten machen also mit äh ja vielleicht blut oder sowas kann ich das ja dann einfach mal machen wenn man am besten dann so mit schaden ansonsten würde nichts beschreiben kommen naja aber gut verbessert sich dann auch sehr gut ne so ansonsten sieht das ja ganz schnell aus hier mal wir fahren immer so zwei rennen pro folge auf und her ist der ja und ja hier haben wir gehen das ist erstmal platt öh kann man nebenrutschberg und verfeiernrutschberg ich fahr jetzt auch nicht so schlecht mit dem controller aber das ist mir total ungewohnt die kohle fahr ich jetzt noch nicht so ganz gut wie man es irgendwann Wir fahren übrigens jetzt gerade hier aus dem nächsten Pro, oder auf dem nächsten Pro jetzt, was da. Wie heißt der nochmal hier? Hernandez Rodriguez oder so heißt diese Strecke. Ach, meine Güte. Strecke hier. Dein Freund Flügel hat Schaden genommen. Besser du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Das macht man einmal einen Fehler und dann passiert's. Leute, da ist der Sprung schon wieder ab. Ja Leute, also es wird auch über die Tage auch noch ein Zelle-Cast-Video gegeben. Also ich kann euch ja mal in der Zeit so eine Art Wochen planen, was in dieser Woche jetzt hier kommt. Also in dieser Woche kommt jetzt immer jeden Tag so eine Folge mit zwei Rundenrennen. Ähm, dann wird, äh, Korps jeden Tag, wie gesagt, kommen. Ähm, dann kommt, ich weiß nicht, ob Karriere jeden Tag kommt, aber mindestens, mindestens jeden Tag. Weil sonst wird das auch zu viel. Rocket League kommt ja auch noch. Darf man ja nicht vergessen. Und, ähm, ja, dann wird noch, äh, entweder am Mittwoch oder am Donnerstag, ähm, ein Video kommt. Und zwar fahre ich dann im Zelle-Cast, äh, ein längeres Rennen, ähm, aus Dubai. Ähm, denn jetzt am Wochenende sind die 24 Stunden von Dubai. Ähm, die werden auch live vertragen. Und, ähm, ja, ich finde das Rennen einfach mega cool. Äh, ein Rahmen, da gibt es ja noch zwei Rahmenprogramme. Die, äh, Rennen, die werden auch alle vertragen von der 24 Stunden Series. Ja, ich finde das einfach mega cool. Und, tja, also, äh, da möchte ich schon mal so ein kleines Rennen einfach im Zelle-Cast fahren. Ja, auch Dubai. Ähm, ja, um, 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 um das Feeling von Dubai von den 24 Stunden. So reinzukommen. Um ihn so zu feiern, ganz normal. Und, ähm, ja. So, jetzt wird es hier aber gerade nochmal knapp. Und dann den letzten zwei Röntgen. Denn hinter uns ist Rossberg und dann kommt Hamilton. Also, vielleicht wird einer von denen noch freck. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben kaputt die Frontflüge. Das ist das Ding. Den können wir jetzt so nicht so schnell fahren und nicht auffassen. Aber wir müssen aber auch hatten, dass wir sonst noch mehr Schaden wollen. Was natürlich dann auch berührt. So, äh, die fünfte Runde. Ja, jetzt kommt Rossberg. Okay. Letzte Runde. Ja, jetzt kommt Rossberg. Letzte Runde. So. So. Ja, kettet sich so gerade Rosberg und Hemmel in, das ist gut. Wenn wir nämlich uns ein bisschen Abstand holen. So, das war doch mal jetzt perfekt gefahren. Jetzt nicht schief läuft, das wird der erste Lied für uns. Nice. Sehr cool. Ja, aber es macht Spaß, haben wir mal den Rennchen zu fahren. Du hast das Rennen gewonnen, großartige Leistung heute. So, und dann würde ich sagen, Leute, ja, guck ich mal. Da kommen Sie also und steigen aufs Podium. Egal wo man hingeht, sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Sebastian Vettel übernimmt das Rennen. Ja, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir mal ins Hauptmenü und ja, ähm, gehen ins zweite Rennen rein. So, wo fahren wir denn jetzt, Leute? Hm, wir fangen eine Runde auf, ähm, und zwar mit Nico Hüttenberg. Und zwar auf dem Red Bull Ring. So. Ah, abgeschlossen. Perfekt, Leute. Wir fangen mit Nico Hüttenberg und wir fahren mit Nico Hüttenberg. Also jetzt ein bisschen an normalen Rennen im Mittensfeld, sag ich mal. Ich darf mal, das zweite Order. Gingen die Lampen aber schnell aus. Oh, das ist aber eng. Ja, wir hatten hier alle nicht so einen geilen Start. Aber wir dafür einigermaßen guten. Wir haben uns schon vorgearbeitet, es ist das 5. Hüttenberg. Ja, wir haben uns vorbeigehen. Oh mein Gott. 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 oh ich bin hier unterwegs und meine nature Wir sind doch aus Berg. Gerade haben wir uns aber so bremst. Und Roscoff wieder. Total. Oh mein Gott, das war... Wo war das knapp? Das war schon knapp. So, zweiter Platz, sehr sehr cool. So, wir stellen jetzt mal auf Tät. Und versuchen mal an den Hintern ranzukommen. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Vielleicht DRS. Haben wir aber leider nicht. Vielleicht kriegen wir DRS. Ich glaube nicht. Das wäre hier schon DRS. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Das hätten wir das schon längst mitbekommen. So, dann wird das DRS auch schon sehr aktiv werden. Und DRS hilft einfach zu überholen. Ähm... Und äh... Aber das ist ihnen auch deswegen nur zum Überholen. Sonst werde ich ja nicht verunfer. Ähm... Hier können wir das DRS aktivieren. Oh, jetzt bin ich plötzlich vom Bad losgegangen. Das war nicht... Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Und der Mann hier hinten vorbei hat einen leichten Kontakt mit Hamilton. Ich weiß nicht, hat der jetzt DRS oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Und oah... Da bin ich ja offen. Oah... Hilfe! Warum rum? Nein! Jetzt kommt Hamilton wieder! Nein! Wie schnell, Leute! So, wir fahren ja auch gerade weg. Und ich lasse immer noch nicht gegen die Strecke. Weil meine... äh... Momentan von den einzelnen Trinkstrecken sind Aserbaidschan. Und... Oder Österreich, Schwer-Fullring. Und in Sofia. Wow, 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 wow! So, Hamilton war noch kurz daneben. Aber hat alles geklappt, Leute. Alles okay. So, welche Zeit fahren wir? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ah, okay. Ich glaube, mit Lenkrad fahre ich so eine 1.10. Da bin ich mit einer 1.12 eigentlich total zufrieden. So, Leute. Die letzte Runde. Und nochmal Gas geben. So, die letzte Runde. Und nochmal Gas geben. Und nochmal Gas geben. Die erste Runde. Fortschröx. Very good. jetzt auf Stadion für Leute. Cool, wir sind sogar noch 1.11 gefahren, habe ich gesehen. Cool Leute, war wieder ein witziges Rennen. Und ja Leute, sonst würde ich sagen, wenn euch dieses kleinere Format gefällt, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Würde ich mich sehr freuen Leute und dann würde ich sagen, bedanke ich mich für die Zuschauen und noch diesen 0.1 Gameplay und sonst würde ich sagen, könnt ihr ein Like und Abbot auflassen. Bis zum nächsten Mal Leute, tschau, tschau.